So, wir kommen jetzt von Bismarck zum letzten Teil, zu meinen Vorfahren von den Werten. Wir haben über Konrad von Bent, über Karl Theodor von Gutenberg zu Bismarck 15 Schritte gebraucht und wir brauchen dann noch von mir, von Bismarck über noch von 15 bis zu 32, also noch 17 Schritte. Ich füge das unten ein und dann gibt es später noch ein Video von Bismarck bis zu Johann Lausberg. Otto Edward Leofold von Bismarck von Schönhausen ist am 01.04.1815 in Schönhausen, Elbe, geboren und am 30.07.1898 in Friedrichsruhe bei Augenmühle gestorben. Er war ein deutscher Politiker und Staatsmann. Ich füge unten in den Kommentar unten noch den Link zu Bismarck, dann könnt ihr das noch vergleichen und auch vom Internet her die Familie Bismarck.